Ich habe mich da gegen jeden eingestellt. Ja. Nein, das ist doch was angeboten. Die gibt es doch sowieso auf der Map. Nein, wenn sowas angeboten wird, ist das doch kein Problem, das ist doch kein Schummeln. Ich spiele das so nach X-Fan. So. Ob das hier steht, eine scheiß Karre, weißt du? Wie komme ich hier raus? Mist, nachladen! Ah, Mist! Was ist denn Waffenkampf gerade, ey? Nein! Was? Du hast ein Ding, du hast auf den Kopf gekriegt! Alter! Mist! Was? Ich habe mich geforzt. Alter! Das war so unfair! Nee! Toch! Ich... 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 Jetzt! Endlich! Alter! Hinter mir der Sack! Zack... figLiger... Wie unfair! Eskk... Finde ich unfair. Gut doch... Okay. Wir sind... was alter du hast einen auf den kopf gekriegt das kann doch nicht sein der cheated der ist oben in der scheune der cheater alter der schon 10 kills weißt du ja du bist aber ja am autotod als er alter der sache der sich da ein zurecht das machst du okay ich lass mich erst mal also genau die nummer dich auch vor genau das meine ich jetzt steht doch alle meiner tut nichts der dreht sich der dreht sich lieber schönen wir an der andere richtung ich hab mal drauf zu schießen auf der karte ganz woanders angezeigt nein geht doch ist doch geht doch warum magie warum also was macht er denn ich will doch gar nicht da klettert ja wie gesagt das meine ich das geht doch nicht makilov steht neben mir dreht sich nach links weg und kriegt ein headshot alter wie schnell schießt er denn das gibt es doch nicht warum siehst du ihn auch nicht mal der taucht einfach auf ja das ist genau das ist doch ja der titel da wartet und wenn er da war alter was auch mann der schwarze mann alter das gibt es doch nicht ein schuss scheiß schuss ja unterstützer kühl bringt mir nicht viel das geht es ist und angehendet da kommt der dritte ja ich habe jetzt fünf mal hin aber hier dominik mit 28 stelle ich für was alter der steht doch unfassbar geh weg lass mich in ruhe tricks cheater du siehst du noch nicht mal auf der karte dann bist du schon tot ja das war nicht ja der wechselt sogar noch zwischen gestalten dem war der schwarze ja das weiß ich auch aber eigentlich schon gerade bei einem web da kam auf einmal der schwarze mann ein bild das kann aber alles auch schon hart heftig bei mir als als ändert ja lass mich doch den mal jenigen töten da hinten ey gesundheit da steht der nächste alter um die ecke da kannst nichts machen naja egal diesmal habe ich dich diesmal habe ich dich naja dritter vierter oh nö so oft ist er nicht gestorben der alter magazin oder den kopf gekriegt hat er noch hatte doch nicht mal gejuckt ich habe die gleiche anzahl kills und töte auch da bist du noch vor mir gewertet ich mich sache wirst du noch betrogen dann rennen wirst du noch als fünfter gewertet obwohl du vierter gewertet jetzt wirst du hier noch als vierter gewertet obwohl du dritter warst nein ja ja kannst du aber Oh, ich muss mal los... Oh! Ergato? Drück mal bitte auf breit. Alle sind breit drücken. Sind zwei Leute, die es nicht auf die Reihe haben. Alle sind total breit. Die Dame im Rennen. Hat es wieder nicht hinbekommen. Na dann. Das ist kein GTA-Rennen. Sorry, Gott. Auch GTA-Rennen wäre auch mal lustig. Ich will so auf den ersten so eine Abbombe platzen und dann kurz vor allem die zünden lassen. Tschüss. Weiter. Das war Kontrollpunkten. Keine Ahnung, wie viele Runden sind eingestellt. Auch zwei. Zwei. Alter. Tschüss, Kev. Ja, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Oh Mann. Da bist du, wenn, wirst du trotzdem noch weggehauen hier. Betrug. Alles Betrug. Und Flarek hat wieder einen Vorsprung von... Ja, ja, wie gesagt, der hält sich aus allem raus, fährt vorne weg und dann gewinnt er solche Dinge. Ja, der wird ja auch nicht von Kev Gaming in der ersten Kurve gerammt. Gar nicht wahr, ich habe das gar nicht gemacht. Das sind Punkt-Checkpoints zählen nicht. Ey. Na ja, ich war da ein bisschen einsam hier. Ich habe dich überholt, du Idiot. Nur weil du so schlecht bist, heißt ich zu dir so schlecht bin. Ach Mann, erzähl. Verstehen die Scheiß? Och, jei. Wenn das für ein Schab ist. Okay, das ist relativ schnell, das ran. Es ist ja auch noch Runde 1. Dann machst du aber auch nicht, mein Gott. Es ist reich, du kommst nicht mehr. Ich wundere mich, warum Vanessa die Karre nicht genommen hat. Den Virtuor. Und weil ich es nicht gesehen habe, weil ich nur die Kaffee gesehen habe und weil ich dachte, dass die privaten Fahrzeuge kaputt sind. Ja und ich habe auch kein privates Fahrzeug, bloß dieses Auto hat halt eine mega Beschleunigung. Ja gut, die private Fahrzeuge sind ja hier ausgestellt. Ja, der hat der Virtuor einen mega guten Beschleunigung, weil er ist ja ein Elektro-Super-Sportkacher. Hä? Ich gebe ihn an oder so. Ich sage einfach nur, was Fakt ist. Deswegen habe ich dich auch benutzt als Bremse. Halt Robben auf. Ich muss mal rankommen. ja und ja komm ich einfach nicht mehr ran ich hab mir schicken ja ja wie sonst Mensch Robin treppst du mal ab trepp mal stehen ja das ist so knapp ich bin komplett nach links der kann doch geht er erst ab der hälfte die drin sind der dritte besser der gewinnt ich hab tausend gesetzt aber ich hab so nicht genug wetten oder die durchgegangen doch klar durchgegangen doch 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 sind drei wetten auch mich gewettet ich habe auch flair ist gewählt die tausend ja wenn mich kev nicht in der ersten kurve direkt abgeschossen hätte dann werde ich vielleicht auch gegen flag noch kämpfen können ja ich bin jetzt aber diese scheiße weil diese scheiße verpasst hat das kacke gesetzt wenn er jetzt links wer so direkt rechts muss da kommen die schnauze das ist das oh nein schon wieder die scheiße